So, herzlich willkommen zur zweiten Session, zur Schicht 2, auch Link Layer genannt. Zwar befindet sich in Schicht 2 noch das Medium Access Control, aber wie auch beim letzten Mal schon erklärt, behandeln wir das in einem eigenen Abschnitt. Zum Link Layer gehören im Wesentlichen die Funktionen Framing und Fehlerkontrolle. Framing stellt im Wesentlichen die Paketisierung dar, also das Bilden von Paketen aus einem Bitstrom. Bevor wir zu diesen Basisfunktionen des Link Layers kommen, möchte ich kurz die Gesamtfunktionalität erklären und kurz auch über die Dienste reden, die das Link Layer der höheren und der niedrigeren Schicht, also dem Network Layer und dem Physical Layer, zur Verfügung stellt. Wir sehen das Link Layer hier zwischen diesen beiden Schichten. Und das Physical Layer sorgt dafür, dass das Link Layer einen Bitstrom erhält. Das Link Layer sorgt dafür, dass dieser Bitstrom in Form von Paketen, die nennen wir auf Link Layer Ebene Frames, an die Netzwerkschicht hochgegeben werden. Die Netzwerkschicht schickt wiederum Pakete an das Link Layer, die Bits an das Physical Layer weitergibt. Das heißt also, das Framing ist eine wesentliche Funktion des Link Layers, was diese Übersetzung in einzelne Einheiten macht. Wie wir nachher sehen werden, ist Framing eine wichtige Voraussetzung für die Fehlerkontrolle. Fehlerkontrolle wird von der Netzwerkschicht auch erwartet, weil die möchte sich eigentlich nicht mit Bitfehlern herumschlagen. Das heißt, es müssen gewisse Korrektur- oder Erkennungsverfahren für Fehler im Link Layer implementiert werden. Die Netzwerkschicht an sich hat keinerlei Fehlerkorrektur. IPv4 hat noch eine Fehlererkennung implementiert, aber auch nur für den Header, nicht für den Datenteil. IPv6 hat auch diese Fehlererkennung für den Header nicht mehr. IP geht also davon aus, dass Fehler entweder unterhalb von Layer 3 oder oberhalb von Layer 3, zum Beispiel durch TCP, korrigiert werden. Welche Designoptionen hat man so für das Layer 2, also insbesondere für das Link Layer im Layer 2? Wir haben die Wahl, wollen wir einen zuverlässigen Dienst anbieten oder wollen wir Best Effort anbieten? Zuverlässigkeit bedeutet, ein empfangenes Paket soll erstmal identisch zum gesendeten Paket sein. Also Datenintegrität könnte man sagen. Zuverlässigkeit bedeutet auch Vollständigkeit. Also Pakete oder gesendete Bits sollen auch bitte vollständig beim Empfänger ankommen. Und gesendete Pakete oder auch die Bits in diesen Paketen sollen in der korrekten Reihenfolge ankommen. Um diese Zuverlässigkeit sicherzustellen, ist Fehlerkontrolle notwendig. Wir werden nachher die verschiedenen Typen von Fehlerkontrolle noch kennenlernen. Eine zweite Designoption, die man hat, ist zu entscheiden, möchte man einen verbindungsorientierten Dienst oder nicht. Verbindungsorientierung kennen Sie alle. Ein klassisches Beispiel ist die Telefonie. Also Sie geben eine Nummer ein, bevor Sie mit der Datenübertragung beginnen können. Und diese Nummer wird verwendet, um eine Verbindung zwischen den Teilnehmern aufzubauen. Das war früher tatsächlich eine physikalische Verbindung. Inzwischen existiert diese Verbindung eigentlich nur auf der Applikationsschicht. Und auf der unteren Schicht wird verbindungslos kommuniziert durch sogenannte Voice-over-IP-Pakete. Und da steckt dann auch wieder IP und die klassische Internettechnologie dahinter. Verbindungsorientierung ist immer dann sinnvoll, wenn Sie Garantien bieten möchten. Und diese Garantien im Vorhinein aushandeln möchten. Oder Parameter, die für das Bieten dieser Garantien notwendig sind, im Vorhinein aushandeln möchten. Also zum Beispiel soll das jetzt eine robuste Datenübertragung, also eine möglichst fehlerfreie Datenübertragung sein. Das könnte dann der Sender dem Empfänger zum Beispiel im Vorhinein ankündigen. Und dann könnten die sich auf einen robusten, aber hinsichtlich der Bitrate langsamen Datenübertragungsmodus einigen. Alternativ können Sie sich auf Best Effort einigen und sagen, wir erhöhen die Datenrate, nehmen dafür aber ein höheres Risiko in Kauf. Also das sind so Sachen, die man bei der Verbindungsorientierung aushandeln kann. Ein anderes klassisches Beispiel bekommen wir gleich, das wäre die Flusskontrolle. Die muss auch ausgehandelt werden und dafür ist eine Verbindungsorientierung natürlich sinnvoll. Aktuelle, moderne Techniken, also insbesondere Ethernet, WLANs, die wir im Rahmen dieser Vorlesung behandeln, sind verbindungslos. Das heißt, das Konzept der Verbindungsorientierung hat sich im Consumer-Bereich nicht durchgesetzt, ist aber trotzdem noch in Backbones oder in Carrier-Leitungen. Natürlich wird es dort weiterhin verwendet und es steht natürlich als Design-Option immer zur Verfügung. Verbindungsorientierung wird dann wieder wichtig, wenn wir über TCP reden, weil TCP kann ohne Verbindungsorientierung nicht funktionieren. So, ich komme zum dritten Design-Aspekt. Das wäre, ja, reden wir über Pakete oder Bit-Ströme? Ich habe vorhin ja Pakete schon mal angesprochen, also das ist ein Job des Link-Layers, dafür zu sorgen, dass Pakete überhaupt existieren. Dann muss man sich natürlich die Frage stellen, was ist da die maximale Paketlänge, was ist da eine sinnvolle Größe? Mache ich meine Pakete zu groß, habe ich wieder Probleme, dass zum Beispiel meine Fehlerkorrektur auf großen Paketen arbeiten muss? Und wenn dieses Paket dann verloren ist, dann ist gleich ein ganz großer Block verloren und der müsste dann vielleicht wiederholt werden. Mache ich die Pakete zu klein, kann ich vielleicht kein Pipelining ausnutzen und die Übertragung wird ineffizient. Also da gibt es so diverse Trade-offs, die man an der Stelle diskutieren könnte. Bit-Ströme sind manchmal sinnvoll, in besonderen Fällen, also zum Beispiel bei der klassischen Telefonie, wird das durchaus ein sinnvolles Verfahren. In moderneren Telekommunikationsnetzen, also zum Beispiel LTE, wird sowas in der Regel dann auch als Voice-over-IP realisiert, also in Form von IP-Paketen, wird dann die Sprache wieder in Pakete gepackt und übertragen. Wichtig unterscheiden Sie zwischen Dienst und Implementierung. Ein Beispiel, die Netzwerkschicht erwartet vom Link-Layer, dass es verbindungslos und zuverlässig Pakete nach oben gibt. Das Link-Layer kann aber durchaus entscheiden, intern, also nur auf Layer 2, Verbindungen zu verwenden. Kommen wir zur ersten Basisfunktion des Link-Layers, dem Framing. Auf Deutsch würde man dazu Rahmenbildung sagen. Frames sind eine Form von Paketen, genau wie Segmente und Datagramme auch eine Form von Paketen sind. Also Pakete stellt so der Überbegriff dar und Frames, Datagramme, Segmente sind dann so besondere Formen von Paketen. Zum Beispiel sind Datagramme, bezeichnen Pakete von verbindungslosen Protokollen, wie zum Beispiel IP auf der Netzwerkschicht oder UDP auf der Transportschicht. Segmente bezeichnen zum Beispiel Pakete von TCP auf der Transportschicht. Und Rahmen oder Frames dann eben die Pakete auf der Schicht 2, also im Link-Layer. Die werden, wie gesagt, aus einem Bitstrom, der vom Physical-Layer an das Link-Layer gegeben wird. Gebildet, also das Link-Layer übersetzt ein Bitstrom in einen Strom von Frames. Indem es zum Beispiel Markierungen einführt, also da werden wir noch verschiedene Optionen besprechen, wie das genau gemacht werden kann. Warum bildet das Link-Layer Frames? Ja, ein Beispiel habe ich schon genannt, das war die Fehlerkontrolle. Es ist erheblich einfacher, Prüfsummen zum Beispiel auf einen gesamten Block von Bits zu beziehen, anstatt auf einen kontinuierlichen Bitstrom. Wenn dann die Prüfsumme fehlerhaft ist, weiß ich, welchen Block, also sprich, welchen Frame ich wiederholen muss. Bei einem kontinuierlichen Bitstrom wäre das erstmal nicht so trivial festzustellen, welcher Teil dann wiederholt werden sollte. Kommen wir zur zweiten Basisfunktion des Link-Layers, der Fehlerkontrolle. Wie gesagt, wird die typischerweise von der Netzwerkschicht vorausgesetzt und ist typischerweise auf Rahmen aufgebaut. Man muss hier zwischen zwei Funktionen unterscheiden. Die erste Funktion wäre die Fehlererkennung. Man kann erkennen, ob ein Rahmen fehlerhaft empfangen wurde oder nicht. Das können Sie zum Beispiel anhand einer Prüfsumme machen. Einige von Ihnen hatten ja die CAC bereits im Praktikum. Das ist eine Form einer Prüfsumme. Und dann kann man sich Maßnahmen überlegen, wie man zum Beispiel diesen Rahmen verwirft und nochmal wiederholt. Das wäre bereits eine Form der Fehlerkorrektur, also diese Wiederholung. Und die haben wir hier zum Beispiel gegeben durch die Backward Error Correction. Rückwärtsfehlerkorrektur bedeutet, Sie fragen einfach nochmal nach. Und das machen Sie natürlich im Nachhinein, daher dieses Backward an der Stelle. Also wenn ich Ihnen jetzt ein Wort schicke, was Sie nicht verstehen zum Beispiel, dann würden Sie einfach nochmal fragen und ich würde das Wort dann wiederholen. Und das ist eine ganz einfache Form eines Backward Error Correction Mechanismus. Die Voraussetzung dafür, dass das funktioniert, ist natürlich, dass Sie erst mal erkennen, dass ein Rahmen oder in dem Beispiel ein Wort fehlerhaft ist. Die zweite Möglichkeit der Fehlerkorrektur wäre die sogenannte Forward Error Correction. Das wäre Korrektur in Echtzeit, wenn Sie so möchten. Also während des Empfangs werden defekte Bits, also gekippte Bits, nicht nur erkannt, sondern lokalisiert und können dann wieder rückwärts gekippt werden. Und das passiert in der Regel so schnell, dass die höheren Schichten, zum Beispiel IP, das nicht merken. Das ist unter anderem eine Voraussetzung dafür, dass moderne Mobilfunkstandards und moderne WLAN Standards überhaupt funktionieren können. Wohingegen das bei Ethernet oder bei kabelgebundenen Standards nicht notwendig ist. Wohingegen die Backward Error Correction ein Verfahren ist, was wir später auch bei TCP wiedersehen werden. Was aber auch in einigen Link-Layern gemacht wird. Ich möchte den Fall des Verbindungsaufbaus noch mit besprechen, weil es wie gesagt eine Designoption ist, die Sie haben im Link-Layer. Selbst wenn zum Beispiel Ethernet und WLANs das nicht machen. Aber einige andere Link-Layer, zum Beispiel ATM, das ist ein älterer Link-Layer-Standard, wird aber im Bereich der Medienproduktion noch verwendet. Benutzt Verbindungsorientierung auf der Link-Layer, also auf der Schicht 2. Und zum Beispiel sowas wie LTE oder 5G sind auch verbindungsorientiert oder haben zumindest dafür Mechanismen, um Verbindungen aufzubauen. Ja, warum braucht man Verbindungen? Naja, um Kontext auszutauschen und zwar bevor die tatsächliche Datenübertragung funktioniert. Ein Beispiel dafür sind zum Beispiel Parameter für die Fehlerkontrolle. Also zum Beispiel beide Teilnehmer handeln aus, welcher Fehlerschutzcode verwendet wird. Ist das ein sehr aufwendiger Code für eine sehr robuste Übertragung, der dann aber sehr viel Redundanz kostet, also die Datenrate sehr verringert? Oder ist das ein weniger aufwendiger Code, der eine höhere Datenrate erlauben würde, aber Fehler schlechter erkennen kann, also dann ein höheres Risiko eingeht bei der Übertragung? Das wäre eine Möglichkeit. Sie erinnern sich vielleicht an das Adaptive Modulation und Coding. Um sowas auszuhandeln, brauche ich irgendwie eine Form des Kontextaustausches, zum Beispiel über eine Verbindung, bevor ich mit der eigenen Datenübertragung anfange. Ein anderes Beispiel wäre, sich auf Garantien zu einigen. Zum Beispiel im Mobilfunkbereich ist es so, dass das Mobilfunknetz mehrere Latenzmodi unterstützt, also Niedriglatenz, mittlere Latenz, hohe Latenz oder normale Latenz für Datenverbindungen. Und sowas sollte natürlich im Vorhinein ausgehandelt werden, bevor dann die tatsächliche Datenübertragung passiert. Ja, Verbindungsaufbau bringt die Frage mit sich, wie werden Verbindungen aufgebaut und dann wieder beendet? Welche Information muss dafür ausgetauscht werden und wie aufwendig ist das in Form von Datenrate? Insbesondere, was wird zusätzlich zu den normalen Datenrahmen oder Paketen übertragen? Ist das eine echte physikalische Verbindung, also zum Beispiel wie bei einer alten Switch, wo im Telefonbereich, wo wirklich durchgestöpselt wurde oder mit einem Relay oder mit einem Transistor durchgeschaltet wurde? Oder ist das eine virtuelle Verbindung, zum Beispiel wie bei der aktuellen Telefonie, wo Sie eine Verbindung auf Applikationsschicht haben, der tatsächlich Datenaustausch aber dann paketbasiert, also auch wieder verbindungslos passiert? Ja, das Problem des Verbindungsaufbaus wird uns natürlich dann wieder bei TCP in der Transportschicht begegnen. Also bei Layer 4 kriegen wir das wieder, weil Zuverlässigkeit auf einer Ebene, auf der TCP das unterstützt, ohne Verbindung gar nicht möglich ist. Also das erfordert im Vorhinein ein Aushandeln von Kontext. Wir werden auch genau kennenlernen, welche Parameter dann miteinander ausgetauscht werden müssen, um überhaupt eine robuste oder zuverlässige Datenverbindung bei TCP sicherzustellen. Wie gesagt, einige Layer 2s, zum Beispiel LTE, machen es auch. Die dritte Basisfunktion von Layer 2, also vom Link Layer, ist Flusskontrolle. Ein Beispiel von Flusskontrolle sehen Sie in diesem Comic. Also ein Masterarbeiter zum Beispiel kommt zu seinem Prof. Der Prof sagt, okay, bist du fertig und legt los und überlastet den Eingangspuffer des Studenten. Sie kennen das Problem alle aus der Vorlesung. Der Prof redet einfach viel zu schnell. Ihr Eingangspuffer ist überlastet. Was machen Sie? Sie schmeißen Worte weg und können gar nicht so schnell die Information verarbeiten, wie die reinkommt. Um das zu vermeiden, gibt es einen Mechanismus, der heißt Flusskontrolle. Flusskontrolle bedeutet, der Empfänger sagt dem Sender, wie schnell er Daten verarbeiten kann. Das heißt, wenn der Sender zu schnell ist, sorgt der Empfänger dafür, dass langsamer gesendet wird. Das hängt natürlich von der Verarbeitungsgeschwindigkeit beim Empfänger ab. Also zum Beispiel davon, wie schnell Prozesse, also zum Beispiel ein bestimmter Webserver, der auf einem Betriebssystem läuft, Daten aus einem Netzwerksocket, also von der Netzwerkschnittstelle abholt. Wenn der Prozess das nicht schnell genug tut, dann muss der Empfänger die Datenrate des Senders runterregeln. Das heißt, es muss irgendeine Form von Feedback geben zwischen Empfänger und Sender, damit der Sender nicht zu schnell sendet und damit, wie gesagt, den Eingangspuffer des Empfängers überlastet. Warum hat man eigentlich beschränkte Eingangspuffer? Also warum sind die nicht unendlich lang? Naja, ganz einfach deshalb, weil wenn ich unendlich lange Eingangspuffer hätte, hätte ich potenziell auch unendlich lange Verzögerungen. Weil ja dann die Daten, beliebig große Datenmenge zwischengepuffert wird, aber potenziell nie bearbeitet wird. Ja, deswegen will ich natürlich in so einer Pipeline, also in so einem Fließband, was letzten Endes eine Netzverbindung ist, nicht große Puffer haben. Ich möchte eigentlich die Puffer weder zu klein noch zu groß haben. Also weder zu klein, sodass Pakete sofort verworfen werden, bei kleinen Schwankungen in der Datenrate, aber auch eben nicht zu groß, sodass die Verzögerungszeiten nicht zu groß werden. Ja, ein klassisches Beispiel ist dafür Videostreaming. Also wenn Sie zum Beispiel YouTube nicht live verwenden, haben Sie so Pufferlängen von mehreren zehn Sekunden. Also ich sage mal so 20 Sekunden, 30 Sekunden sind da völlig normal. Wenn Sie aber eine Videotelefonie machen, das heißt direkt interagieren wollen, werden Puffergrößen, die mehr als 300 Millisekunden puffern, tatsächlich ein großes Problem sein, weil sie nicht mehr aufeinander reagieren können, weil dann einfach die Verzögerung zu hoch wird. Also merke, je größer der Puffer, desto größer die Verzögerung. Deswegen kann man die Puffergröße nicht beliebig hoch wählen. Aber zu kleine Puffer oder zu langsames Verarbeiten am Empfänger würde zu Überlast oder zum Überlauf des Empfangspuffers führen. Also dann würden Pakete verloren gehen und das wird durch Flusskontrolle verhindert, indem der Empfänger den Sender ausbremst. Besprechen wir Framing mal im Detail und ich werde Ihnen jetzt ein paar Mechanismen für Framing erklären. Also wie kann man Rahmen bilden aus einem Bitstrom? Diskutieren wir erstmal unser Problem. Bei Rahmenbildung soll der Empfänger erkennen, wenn ein Frame beginnt und wenn er endet. Sie sehen das hier, hier kommt ein Bitstrom rein, der kommt in die Schicht 2 rein beim Empfänger. Und Sie möchten jetzt erkennen, also als Empfänger möchten Sie erkennen, wo beginnt der Frame und wo endet der Frame. Dazu muss man wissen, dass die physikalische Schicht in vielen Standards, zum Beispiel in Ethernet, permanent Bits empfängt. Also daher gehen Sie davon aus, dass Sie im Physikal-Layer erstmal per se immer eine Bitkette empfangen. Wie kann ich jetzt Frames bilden? Eine Möglichkeit wäre einfach zu zählen, wie viele Bits oder wie viele Zeichen habe ich? Und ich sage zu Beginn des Frames, wie lang der ist. Also Sie sehen es hier in dem Beispiel, ich sage zu Beginn, dieser Frame hat 5 Zeichen. Und dann zähle ich einfach, inklusive natürlich dem ersten. Ja, hier hat der nächste, dieser Frame hat 8 Zeichen. Das gebe ich hier im Header bekannt. Jetzt wissen wir auch, warum man den Header braucht, also zumindest in dem Beispiel. Und dann wird gezählt. Ja, das kann ich machen. Ja, das Problem dabei ist, dass auch der Header natürlich beschädigt sein kann. Und dann verlieren Sie an der Stelle der Beschädigung sämtliche Synchronisationen zu allen folgenden Frames. Hier sieht man das als Beispiel. Dieser, ja, dieser Character Count, also dieser Wert ist beschädigt. Da sind einfach hier in dem Header ein paar Bits gekippt und plötzlich wurde aus der 5 hier oben eine 7. Und was mache ich jetzt? Naja, normalerweise wäre mein Frame hier vorbei. Jetzt zähle ich natürlich die folgenden noch, die folgenden Zeichen zum Frame dazu. Ignoriere damit, dass das hier eigentlich ein Header ist, ja, also diese 8. Und habe ab jetzt keine Chance mehr, auch die zukünftigen Frames zu dekodieren. Weil ich ja bereits hier die Synchronisation mit dem Frame verloren habe. Das ist das Problem, ne? Ein Fehler sorgt dafür, dass sie sich eigentlich nicht mehr retten kann und die Synchronisation weg ist. Ja, aber ein wichtiges Grundprinzip kann uns dieses Zeichenzählen lehren. Auch wenn es an sich keine gute Technik ist. Und zwar, wofür braucht man Header? Ja, also Sie sehen, hier brauche ich Header, um Kontrollinformationen an den Empfänger zu schicken. Zum Beispiel, wie lang mein Frame ist. Üblicherweise wird die meiste Information zu Beginn in den Frame gepackt oder auch in Pakete gepackt. Weil einige der Informationen auch dafür notwendig ist, das Paket auszuwerten. Die Paketlänge ist hier ein gutes Beispiel. Die muss ich kennen, bevor ich den Rest des Paketes bearbeiten kann. Weil ich muss ja wissen, wann ich aufhören soll. Die kann ich nicht ans Ende packen. Einige Informationen wird aber auch ans Ende gepackt. Zum Beispiel eine Prüfsumme. Über die Gründe dafür reden wir später, wenn wir über Fehlererkennung sprechen. Ja, also merke, der Empfänger braucht Header oder einen Nachrichtenkopf, könnte man in Deutsch auch sagen, um Kontext vom Sender zu bekommen. Also um Kommunikationsparameter vom Sender zu bekommen. Und zu wissen, was der Sender eigentlich will. Gut, lernen wir eine zweite Framing-Technik kennen. Also eine Technik, um Rahmen zu bilden. Flagbytes, ja, das ist ein sehr einfaches Konzept. Ja, ich gebe einfach ein bestimmtes Byte, stelle ich an den Anfang eines Frames, um zu markieren, dass der Frame beginnt. Und ich mache noch eins ans Ende. Oder ich, wenn ich kontinuierliche Frameströme setze, dann kommt da bereits wieder die Flag des nächsten Frames. Das ist ja einfach nur ein Byte. Dieses Byte kann ja auch im Paload vorkommen, ganz normal. Also in dem Datenfeld kann ja auch genau dieses Byte stehen. Wie vermeide ich jetzt also, dass ich an der Stelle plötzlich aufhöre mit dem Frame und denke, das ist eine Markierung des nächsten Frames? Naja, zum Beispiel, indem ich Escape-Sequenzen verwende. Ja, die von Ihnen, die sich vielleicht mit regulären Ausdrücken auskennen oder auch mal mit bestimmten Such-Strings gearbeitet haben oder so, kennen diese Escape-Sequenzen. In Latix benutzt man die zum Beispiel auch manchmal. Da wäre das so ein Backslash. Und hier haben wir das im Beispiel. Also wir haben hier dieses Flag-Byte, ja, das markiert den zum Beispiel ein Frame-Ende. Und da packen wir eine Escape-Sequenz davor. Ja, wie markiere ich Escape-Sequenzen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Backslash tatsächlich auch ausdrücken will im Datenfeld, naja, indem ich eben noch eine Escape-Sequenz davor packe. Und Sie sehen ja auch das Problem, je mehr Escape-Sequenzen ich habe, umso mehr muss ich noch dazu packen. Also das ist jetzt nicht unbedingt das effizienteste Verfahren. Hier haben Sie auch ein Beispiel dafür. Ja, da habe ich auch schon eine Escape-Sequenz. Und wenn ich da jetzt noch ein Byte-Stuffing mache, damit auch das als Datenfeld erhalten bleibt, muss ich dann eben zwei Escape-Sequenzen davor tun. Und hier in dem Beispiel auch, weil ich jede dieser Escape-Sequenzen natürlich markieren muss. Das ist das Beispiel des Byte-Stuffings. Nicht sehr effizient, aber funktioniert. Und genau wie die Escape-Sequenzen bei meinen Zeichen muss ich auch die Bits natürlich markieren, um genauer gesagt, ich muss vermeiden, dass diese sechs Bits, die mir ja zum Beispiel den Beginn eines Frames markieren, in meinem normalen Datenbit-Strom auftreten. Wie vermeide ich das? Naja, indem ich nach allen fünf Bits eine Null einfüge. Sie sehen es hier unten. Also hier wäre die Original-Payload, da habe ich einen ganzen Run von Einsen. Und indem ich immer nach fünf Bits eine Null einfüge, vermeide ich, dass diese Spezialsequenz, die mir in den Rahmen markiert, im normalen Datenstrom auftreten kann. Weil ja nie im normalen Datenstrom sechs Bits am Stück auftreten können. Der Empfänger kennt diese Konventionen, der weiß, dass immer nach fünf Bits eine Null eingefügt wurde und entfernt diese Nullen dann wieder. Ein drittes Verfahren für die Rahmenbildung sind Code-Verletzungen, auf Englisch Coding Violations. Wie Sie wissen, hat die physikalische Schicht ja bestimmte Vorschriften, wie Bits in Form von Signalen moduliert werden. Zum Beispiel bei der ASK könnten zwei verschiedene Signalamplituden die jeweiligen Bitwerte darstellen. Bei der FSK, wir haben das am Beispiel von Bluetooth besprochen, können zwei Frequenzwerte zum Beispiel einen Bitwert darstellen. Also eine Null oder Eins den jeweiligen Bitwert. Und Code-Verletzungen basiert jetzt darauf, dass ich damit so ein bisschen spiele, also diese Modulationsregeln so ein bisschen biege oder teilweise sogar breche. Wir können das ja mal am Beispiel von Manchester besprechen. Sie wissen, Manchester Encoding stellt eine Null dar durch einen Signalübergang von einem niedrigen Signal auf ein hohes Signal dar. Und der Bitwert 1 wird repräsentiert durch einen Übergang vom hohen Signalwert auf den niedrigen Signalwert. Das haben wir im Physikal-Lehr-Kapitel besprochen. Wie kann ich das jetzt damit jetzt einen Frame markieren? Naja, ich kann zum Beispiel einen Übergang von hoch auf hoch oder von niedrig auf niedrig festlegen. Dann habe ich natürlich in dem Symbol keinen Bit-Takt mehr. Dafür war Manchester ja gedacht, dass in jedem Symbol ein Bit-Takt steht in der Mitte des Symbols. Allerdings kann ich damit ein Frame markieren. Und wenn ich nur für einen Bit mal kurz den Takt verliere, dann kann ich das ja am nächsten Bit wieder aufholen. Also man hofft, dass die Uhren da dafür gut genug synchronisiert sind. Das Problem natürlich mit dem Verfahren ist, wenn ich zwei Übergänge, also von hoch auf hoch oder von niedrig auf niedrig habe, dann kostet mich das in der Regel eine höhere Bandbreite. Und das kann ich natürlich zum Beispiel nicht im drahtlosen Fall machen, weil da ist wirklich jedes Herz für Bandbreite wertvoll. Das wissen Sie ja aus der Diskussion von dem Shannons Gesetz, dass Bandbreite ja direkt dann in Datenrate überführt wird. Und daher würde das in drahtlosen Fällen nicht verwendet werden können. Bei Basisbandübertragung, zum Beispiel bei einem Kupfer-Ethernet, ist das aber durchaus ein adäquates Verfahren. Hier sehen wir den Ethernet-Frame im IEEE 800 2.3-Format. Das waren ja wie gesagt so diese Standardkürzel. Und wir sehen hier zwei Felder, die für die Synchronisation notwendig sind, natürlich zu Beginn des Frames. Das erste Feld ist die sogenannte Präambel oder auch Preamble auf Englisch. Und die synchronisiert erstmal den Empfänger auf den Bit-Takt des Senders auf. Ja, also der Empfänger kriegt ein Signal rein, erkennt die Bit-Folge und an dieser oszillierenden Bit-Folge, also 1,0, 1,0, 1,0 und so weiter. Damit hat der Empfänger erstmal eine Chance, sich auf den Bit-Takt aufzusynchronisieren. Wenn er das geschafft hat, folgt der Start-Frame-Delimiter. Und der markiert tatsächlich den Beginn eines Frames. Und Sie sehen, der fängt auch erstmal noch mit dieser Synchronisations-Bit-Folge an, also 1,0, 1,0, 1,0. Bis dann am Ende eine doppelte 1 gesendet wird. Und ab dann weiß der Empfänger, okay, jetzt geht der Frame los. Also diese doppelte 1 am Ende hier nochmal rot markiert, ist dann die eigentliche Markierung für den Framebeginn. Aber der Start-Frame-Delimiter ist tatsächlich 8-Bit groß, also 1-Byte groß und wird als 1-Byte dann geführt. Ja, dann hat der Ethernet-Frame noch eine Mindestgröße, also der muss mindestens 64-Byte groß sein. Das hat zum Beispiel im alten Ethernet den Grund, dass man sicherstellen will, dass alle Teilnehmer den Frame auf der Leitung auch sehen. Weil der Braucher eine gewisse Zeit wird, der durch die Leitung läuft. Und daran können dann Kollisionen erkannt werden. Wenn Sie das jetzt noch nicht verstehen, ist das nicht schlimm. Das ist ein Thema, was wir nachher im nächsten Kapitel, im MAC-Kapitel, Medium Access Control, nochmal im Detail besprechen werden. Warum Laufzeit dann eine wesentliche Variable ist bei der Kollisionserkennung und Kollisionsvermeidung. Aber merken Sie sich hier schon mal, so eine Ethernet-Frames haben eine gewisse Mindestlänge. Die können nicht beliebig kurz sein. Ich brauche dann natürlich noch ein Längenfeld, weil ich möchte vermeiden, dass ich den Frame immer auf eine bestimmte Größe festlege. Also muss ich irgendwie indizieren. Das mache ich hier. Sie sehen es. Und das Padding oder das Auffüllen des Frames vermeide ich, indem ich einfach sage, wie lange er ist. Und das kann ich hier mit diesen zwei Bytes tun. Sie sehen, zum Header gehört noch ein bisschen mehr. Also da gehört natürlich noch die Adressierung, also die Empfangsadresse und die Senderadresse. Noch einige Kontrollbytes, die aber später beim Ethernet dann auch verworfen wurden. Und am Ende die sogenannte FCS. Das steht für Frame Check Sequence. Das ist eine CAC 32. Eine CAC ist ein sehr mächtiges Prüfsummenverfahren, mit der Fehler in diesem Frame erkannt werden. Die steht natürlich hier am Ende, weil sie auch zum Schluss beim Sender berechnet wird und dann einfach ans Ende angehangen wird. Und auch beim Empfänger wird diese Prüfsumme zum Schluss nach dem Empfang aller vorhergehenden Bits verwendet. Also ist das logisch, die ans Ende zu packen, weil sie da benötigt wird. Und weil man so sich zumindest beim Sender eine Umsortierung spart. Wenn man die zum Anfang packen würde, müsste man ja erst alle Bits verrechnen und dann die Prüfsumme ausrechnen und die dann wieder nach vorne packen. So kann man sie direkt beim Senden einfach hinten ranhängen. Die Reihenfolge dieser Felder spielt also eine wichtige Rolle in diesen Frames. Man hat sich zum Beispiel auch genau überlegt, warum die Empfangsadresse zum Anfang steht. Weil zumindest in alten Ethernet-Standards, also nicht geswitchten Ethernets, war das so, dass jeder, der an einem Ethernet angeschlossen war, zum Beispiel über eine Hub oder noch im ganz alten Stand über dieses Koaxialkabel, alle Frames empfangen hat. Und dann hat die Karte natürlich zuerst die Empfangsadresse ausgewertet und gesehen, ob der Frame für sie ist. Also in einem jeweiligen Ethernet-Host. Und nur wenn der Frame für diesen spezifischen Host war, hat die Ethernet-Karte die weiteren Felder ausgewertet. Also unter anderem das Datenfeld. Wenn der Frame nicht für einen besonderen Host bestimmt war, hat der Host aufgehört, nach dem ersten Feld, also nach dem ersten echten Feld im Frame, nach der Empfangsadresse, den Frame auszuwerten. Aber auch in moderneren Ethernets, also in Ethernets mit einer Switch, spielt es eine große Rolle, dass dieses Empfängerfeld hier zum Anfang ist. Weil auch die Switch muss ja Empfangsfelder auswerten. Also muss ja die Adressfelder auswerten in einer bestimmten Reihenfolge und würde hier zum Beispiel sofort erkennen, ob das ein Broadcast-Frame ist und ob es den an alle Teilnehmer, also an alle Switch-Ports kopieren muss. Oder ob es den nur an einen bestimmten Teilnehmer senden muss. Also auch für moderne Ethernet ist es wichtig, dass das Empfangsadressenfeld hier vorne steht. Also merke, die Reihenfolge der Felder, auch der Felder mit Verwaltungsinformationen im Header und des Trailers hat man sich gut überlegt beim Design dieser Verfahren. Nach der Rahmenbildung ist Fehlerkontrolle die zweite wesentliche Basisfunktion des Link-Layers. Wir werden zuerst die Typen von Fehlern in einem einfachen Beispiel besprechen. Dann werden wir die Grundprinzipien von Fehlerkontrolle kennenlernen. Dann werden wir ein mächtiges Verfahren der Fehlererkennung, und zwar die CAC, die Cyclic Redundancy Checks, kennenlernen. Die CAC ist das wohl am weitesten verbreiteste Codierverfahren der Welt. Das finden Sie in sämtlichen digitalen Geräten implementiert, vom CD-Spieler über Festplatten, über SD-Karten bis eben zur gesamten Telekommunikation. Das finden Sie auch in Dateiformaten, zum Beispiel in PNG-Dateien, in SIP-Dateien implementiert. So, und schließlich werden wir die Rückwärtsfehlerkontrolle kennenlernen. Das ist also die Korrektur von Fehlern durch Nachfragen, und wir werden die Funktion des Acknowledgements kennenlernen. Fangen wir mit den Fehlertypen an. Man muss jetzt unterscheiden zwischen der Anzahl dieser Fehler und zwischen dem Typ der Fehler. Ich kann zum Beispiel Einzelbit-Fehler und Burst-Fehler haben und von jedem davon beliebige Mengen. Sie sehen das hier unten. Ich habe hier zum Beispiel vier Einzelbit-Fehler. Hier, eins, zwei, drei, vier. Und ich habe aber nur einen Bündelfehler. Und den erkennt man daran, dass die Fehler direkt aufeinander folgen im Bitstrom. Also ich habe einen Bündelfehler, der länger zwei. Und ich habe vier Einzelbit-Fehler in diesem Beispiel. Also wenn ich über Bündelfehler rede, auf Englisch heißen die Burst-Errors, dann muss ich natürlich auch die Länge dafür angeben. Die Unterscheidung nachher hat eine echte Relevanz, wenn es darum geht, diese Fehler zu erkennen. Also es ist erheblich schwieriger, Burst-Fehler zu erkennen, als Einzelbit-Fehler zu erkennen. Ja, und Sie sehen natürlich hier, dass beliebige Kombinationen dieser Fehler auftreten können. Woher die Burst-Fehler kommen, haben wir übrigens besprochen in der physikalischen Schicht. Wenn ich höherwertige Modulationen verwende, also wenn ich zum Beispiel eine QPSK verwende, in der ich mit vier möglichen Symbolwerten Bitpaare darstellen kann, also jedes Symbol steht für zwei Bits, naja, dann reicht es, wenn ich ein Symbol verwechsle am Empfänger und ich habe einen Bündelfehler, der länger zwei. Wenn ich höherwertige Modulationen als vier verwende, also zum Beispiel eine 16-Quam oder eine 64-Quam, habe ich entsprechend größere Bündelfehler in meinem empfangenden Datenstrom. Hier ist ein ganz einfaches Beispiel, wie man Fehler erkennen und tatsächlich sogar korrigieren kann. Und das ist eine zweidimensionale Parität. Eine Parität steht hier für eine gerade Prüfsumme, also hier steht Even Parity. Das bedeutet, die Anforderung ist, dass zum Beispiel in jeder Zeile eine gerade Anzahl von Einsen existiert. Und wenn die eben nicht existiert, wie hier, hier habe ich in meinem Datenwort nur drei Einsen, ja, dann füge ich es eben hinzu und das macht mein Paritätsbit. Sie sehen es hier, R stellt die Redundanz dar, B steht für den Datenteil. Ich rede erst mal nur über die Zeilen und dann reden wir über die Spalten gleich. So, und daran kann ich natürlich Fehler erkennen. Wenn jetzt nämlich im empfangenen Wort plötzlich eine ungerade Anzahl Einsen auftaucht, kann das ja nicht sein. Das habe ich ja verboten, indem ich vorher dafür gesorgt habe, dass immer nur gerade Anzahlen von Einsen auftreten können. Also muss beim Empfang einer ungeraden Anzahl Einsen ein Bit gekippt sein. Ich kann das erkennen und weiß, das passt nicht zu meiner Parität. Also ich habe jetzt hier eine ungerade Anzahl von Einsen, also muss hier in dieser Zeile ein Fehler aufgetreten sein. Ich kann diesen Fehler sogar lokalisieren, indem ich die Parität auch über Spalten bilde. Ja, das ist jetzt hier gemacht. Dafür stehen diese C-Bits. Und Sie sehen, hier habe ich auch eine gerade Parität angewandt. Ja, also hier musste ich keine Einsen zufügen, weil hier bereits in der Spalte ja vier Einsen waren. Hier musste ich allerdings eine Einsen hinzufügen, weil in der Spalte ja nur drei Einsen im Datenteil waren. Und dann habe ich jetzt eine Spaltenparität hier hinzugeführt. Und ja, wenn ich jetzt hier eine ungerade Anzahl Einsen empfange, weiß ich, dass in der Spalte ein Fehler existiert hat. Und wenn ich gleichzeitig weiß, dass in der Zeile ein Fehler existiert hat, habe ich mithilfe meiner Zeile und meiner Spalte diesen Bitfehler lokalisiert und kann ihn einfach durch Zurückflippen auf Eins wieder korrigieren. Ja, wir haben also gesehen, wie man durch Redundanz Fehler nicht nur erkennen, sondern auch korrigieren kann. Und merken Sie sich, dass eine Korrektur nur möglich ist, wenn ich das fehlerhafte Bit lokalisiere. Ich muss also jedes Bit, was gekippt ist, lokalisieren und dann kann ich es wieder durch Zurückflippen korrigieren. Das ist das Grundprinzip der sogenannten Forward Error Control oder der Vorwärtsfehlerkorrektur, die das in Echtzeit macht. Die fügt Redundanz ein und um Bitfehler zu lokalisieren und die wieder zurückzukippen. Sie sehen hier aber, dass das natürlich bei so einem schwachen Code und auch bei so wenig Redundanz wie in diesen Beispielen nicht immer funktionieren kann. Zum Beispiel genügt es ja, wenn zwei Bits kippen pro Zeile oder auch pro Spalte. Und ich kann den Fehler weder erkennen noch korrigieren. Zwei gekippte Bits führen dazu, dass natürlich wieder eine gerade Anzahl von Einsen vorhanden ist. Und dieses Prinzip gilt gleich für Zeilen und Spalten. Also in dem Fall kann ich in diesem Beispiel hier unten, kann ich keinen dieser Fehler, die hier markiert sind, erkennen oder auch korrigieren. Und wie gesagt, die Voraussetzung für Korrektur ist immer die Erkennung. Also wenn ich einen Fehler noch nicht mal erkennen kann, Sie sehen es ja hier, wenn ich noch nicht mal zum Beispiel die Spalte, Entschuldigung, die Zeile erkennen kann, in der der Fehler fällt, dann kann ich ihn natürlich auch nicht korrigieren. Das ist ein einfaches Beispiel anhand der Parität. Und von der Parität lassen sich nachher viele Bezüge zur CAC finden, die letzten Endes auch nur eine Prüfsumme ist. Also insofern unterscheidet sich vom Grundprinzip gar nicht so stark von der Parität. Ich möchte aber, bevor wir zu CAC kommen, ein bisschen über die Grundprinzipien von Fehlererkennung und Fehlerkorrektur sprechen. Hier haben wir das mal aufgezeichnet, wie so das System grundsätzlich funktioniert bei einem fehlererkennenden Code. Und das passt übrigens auch zu CAC. Also bei der CAC ist das Grundprinzip ganz genauso. Ja, und das passiert so. Der Sender rechnet basierend auf den vorhergehenden Daten, also das sind dann in der Regel die Nutzdaten, aber auch die Header, eine Checksumme aus. Und die Checksumme, also diese Prüfsumme, bei Ethernet nennen wir die Frame Check Sequence, die wird einfach an den Frame angehangen, hier sehen Sie es, und mit dem Frame mit übertragen. Nach dem Empfang kann der Empfänger erstmal nicht sicher sein, ob er wirklich den korrekten Frame empfangen hat oder ob sich in dem Frame irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat. Und daher bezeichnen wir den Empfangenen Frame hier auch nicht als Data, sondern als Data Strich. Und was der Empfänger jetzt macht, um zu prüfen, ob Data Strich gleich Data ist, dass er auf Basis des empfangenden Frames, und zwar nur auf Basis des Headers und Datenteils, also nicht mit Hilfe der Prüfsumme, auf Basis der Prüfsumme, die nimmt er weg, nochmal dieselbe Funktion anwendet, die der Sender bereits angewandt hat. Also er prüft nochmal, zum Beispiel, indem er die Einsen zählt. Der Sender hat die Einsen gezählt, hat gegebenenfalls eine Eins angehangen, um eine Even Parity zu erreichen. Der Empfänger zählt auch die Einsen. Also das ist dieselbe mathematische Operation, die hier angewandt wird, nur eben auf einem potenziell anderen Input, und das ist eben hier Data Strich. Wenn jetzt das Ergebnis dieser Rechnung gleich ist zur Prüfsumme, die ja mitgeschickt wurde, dann geht der Empfänger davon aus, dass dieser Frame korrekt empfangen wurde. Wenn sich das Ergebnis unterscheidet von der Prüfsumme, dann geht der Empfänger davon aus, dass sich während der Übertragung ein Fehler eingeschlichen hat und dass der Frame korrupt ist, und in der Regel, in den meisten Verfahren, werden diese Frames dann direkt verworfen. Das ist, wie zum Beispiel ihre Ethernet-Karte die Korrektheit des empfangenen Ethernet-Rahmens prüft. Warum bin ich hier so ein bisschen vorsichtig, indem ich sage, assumed to be, also indem ich sage, der Empfänger nimmt an. Na ja, weil es die Wahrscheinlichkeit gibt, dass der Empfänger einen falschen Frame für korrekt hält, also Fehler übersieht, oder umgedreht einen korrekten Frame fälschlicherweise als falsch identifiziert. Ja, das nennt man so Fehler erster und zweiter Art oder False Positives, False Negatives. Beides kann erst mal mit dem Verfahren auftreten. Und wir werden zumindest eine Form davon, also das Übersehen von Fehlern bei der CRC, auch kritisch diskutieren. Ich möchte noch was zu den Größen sagen, die ich hier verwendet habe, also die entsprechen so der üblichen Konvention in der Fehler-Codier-Welt, und deswegen ist das vielleicht ein bisschen ungewohnt, dass ich zum Beispiel die Länge der Checksumme mit n-k-Bits angebe. Das kommt ganz einfach daher, dass die Gesamtlänge des Frames, also inklusive der Checksumme n, als n definiert ist, und das Datenfeld, die Länge des Datenfelds als k-Bits, Sie sehen es hier oben nochmal, und dann ist natürlich die Checksumme n-k-Bits lang. Ja, also die Redundanz, die hier angehangen wird, ist n-k. Das ist einfach eine Konvention, das hat sich in der Codier-Welt so durchgesetzt, das so zu benennen. Wenn Ihnen das hilft, können Sie da r gleich n-k auch hinschreiben, und dann wissen Sie, dass r die Anzahl der Redundanz-Bits ist. Ja, wenn ich mir jetzt diese Größen noch ein bisschen genauer anschaue, kann ich natürlich auch die Kosten der Fehlererkennung herleiten. Also wir wissen ja, dass n-k-Bits an Redundanz hinzugefügt werden, in Form von dieser Prüfsumme, und dass die Nutzdaten, also ich zähle jetzt auch mal die Header dazu, weil die sind ja auch notwendig für den Frame, die müssen ja auch von der Fehlerschutz-Codierung geschützt werden, und die sind eben genau k-Bits lang. Das bedeutet, dass ich für k-Daten-Bits n, insgesamt n-Bits übertragen muss, und dass mein Effizienzverhältnis ganz einfach k durch n ist. Und das ist die sogenannte Codierrate. Die gibt mir an, wie viel Redundanz mein Code im Verhältnis zu den Daten hinzufügt. Ja, also wenn zum Beispiel ich eine Codierrate von 1,5 habe, dann weiß ich, dass jedes zweite Bit ein Redundanz-Bit ist. Und das ist tatsächlich eine typische Codierrate für WLANs. Also so schlecht ist die Funkübertragung, oder so schwierig, sage ich mal, ist die Funkübertragung, dass Sie wirklich aus jedem zweiten Bit Redundanz-Bit machen müssen. Bei LTE ist das noch schlimmer, bei 5G übrigens auch, da können Sie Coderaten haben, die unter einem Drittel liegen. Also auf jedes Daten-Bit kommen zwei Redundanz-Bits. Also dieses Effizienzverhältnis wird hier angegeben. Damit weiß man noch nicht, wie gut der Code Fehler erkennt, oder auch Fehler korrigiert potenziell. Damit weiß man nur, wie viel Overhead er hinzufügt. Ja, hier ist das mal gegeben, nochmal zum Beispiel unserer einfachen zweidimensionalen Parität. Da haben wir einfach n-k Bits für alle 20 Bits hinzugefügt. Ja, also wir hatten diesen 20-Bit-Block, da haben wir aber, und insgesamt haben wir neun Redundanz-Bits hinzugefügt. Und das heißt, ich habe ein Verhältnis 20 zu 29 und das ist in etwa, ja, eine Coderate von 0,7. Das bedeutet, meine Rohdatenrate wird um 30% reduziert. Also von der physikalischen Datenrate bleiben dann eben nur noch 70% übrig. Ja, ich muss das also zum Beispiel mit meiner Shannon-Formel multiplizieren und dann habe ich den Overhead von Codierung bereits mitberechnet. Ja, je niedriger die Coderate ist, desto höher sind natürlich die Kosten in Form von Redundanz. Also desto niedriger ist der Durchsatz nach der Codierung. Ja, also der Durchsatz der physikalischen Schicht ist derselbe, ne, aber die Codierung klaut ihn dann sozusagen den Durchsatz im Linklear wieder. Ja, aber auch bei einer niedrigeren Codate, davon haben sie natürlich in der Regel einen Vorteil. Also wenn sie einen ordentlichen Code verwenden, haben sie damit natürlich eine viel höhere Robustheit, was bedeutet, dass sich mehr Fehler und auch schwierigere Fehler, also zum Beispiel längere Burstfehler erkennen kann. Ich möchte Ihnen jetzt das Grundprinzip von Fehlererkennung erklären. Also ich möchte jetzt einen kleinen Schritt zurückgehen. Sie haben ja jetzt schon ein bisschen kennengelernt, wie das so in der Ethernet-Karte funktioniert. Aber ich möchte mit Ihnen jetzt diskutieren, warum das eigentlich funktioniert. Und Sie sehen hier ein Beispiel von Fehlererkennung, also hier ist ein Wort falsch geschrieben und Sie erkennen das eigentlich sofort. Und warum erkennen wir das? Naja, wir erkennen defekte oder falsche Wörter, weil wir wissen, was richtige Worte sind. Und eine Voraussetzung dafür ist, dass wir Redundanz in unserem Wortschatz haben. Also nicht alle Kombinationen von Buchstaben dürfen gültige Worte produzieren. Also zum Beispiel ist das kein gültiges Wort und das erkennen Sie sofort, weil diese Kombination von Buchstaben zu den falschen Worten gehört. Wir merken uns also, es gibt zwei Mengen von Worten. Falsche Worte und richtige Worte. Oder ungültige Worte und gültige Worte. Und je höher die Redundanz zum Beispiel im Wortschatz, desto mehr ungültige Worte habe ich pro gültiges Wort. Wenn Fehler in den Buchstaben ein ungültiges Wort produzieren, dann erkennen Sie den Fehler. wie zum Beispiel hier oder hier. Wenn dieses ungültige Wort nah genug an einem richtigen Wort oder einem gültigen Wort ist, dann können Sie den Fehler sogar korrigieren. Wie zum Beispiel hier oder hier. Ich würde behaupten, dass Sie das auch ohne Kontext könnten, also alleine nur durch die Kenntnis dieser Buchstaben folgen. Und das machen Sie einfach durch ein Mapping. Also Sie sehen das und sehen automatisch, hey, hier ist ja ein Vokal vertauscht, das mappe ich auf das nächstmögliche korrekte Wort. Damit haben wir schon mal ein praktisches Beispiel für warum Fehlererkennung funktioniert, indem eine Änderung in einem Buchstaben ein gültiges Wort in den ungültigen Wortschatz überführt und wie Fehlerkorrektur funktioniert, indem ich ein ungültiges Wort auf das nächstmögliche gültige Wort mappe, also übertrage. Ich kann Fehler aber nicht mehr korrigieren, wenn fehlerhafte Buchstaben das Wort in ein anderes gültiges Wort überführen. Hier sehen Sie das an dem Beispiel, also ich habe das Wort word jetzt durch die Manipulation von zwei Buchstaben in das Wort wild überführt und das ist ein gültiges Wort, wild ist ein absolut gültiges Wort und das würden Sie jetzt ohne Kontext nicht mehr direkt erkennen, dass es da einen Fehler gab. Also zu viele Fehler machen das dann auch wieder schwierig, weil Sie das Mapping nicht mehr schaffen. Was folgt daraus? Naja, daraus folgt, wir fügen Redundanz hinzu, um ungültige Worte zu kreieren und diese Redundanz separiert gültige Worte von ungültigen Worten und deshalb können wir Fehler erkennen. Und natürlich je mehr Redundanz ich hinzufüge, je weiter sind diese gültigen Worte voneinander entfernt und umso unwahrscheinlicher ist es, dass ein Fehler ein valides Wort in ein anderes valides Wort überführt, also Sie diesen Fehler dann nicht mehr erkennen können. Verlassen wir die Welt der Sprache und kommen wir zurück zu Bits und wie wir die Fehlerschutzkodierung tatsächlich auf Bitebene umsetzen. Wir stellen zunächst fest, dass wir mit einem einzelnen Bit weder Fehler erkennen noch korrigieren können. Denn ein einzelnes Bit kann genau zwei Werte haben, 0 oder 1. und da ist keinerlei Redundanz drin, die es mir erlauben würde, Bit Fehler zu erkennen. Jeder einzelne Bit Fehler kann diesen Bit einen beliebigen Wert geben. Das heißt, wir müssen irgendwie so eine Form von Worten, also man nennt das dann Codeworte, bilden, die aus Datenbits und Redundanzbits bestehen. Und das haben wir ja bei unserem Parität bereits gemacht. Ich erinnere an das Beispiel von vorhin ein paar Folien. Da hatten wir diese K Datenbits, also zum Beispiel hier diese fünf Datenbits in der Zeile und dann hatten wir hier dieses Redundanzbit in der Zeile und dann hatten wir auch jeweils einen Redundanzbit für die Spalte. Und wenn ich jetzt mir das ausrechne, wie viel Redundanz das war, naja, da hatten wir knapp diese Coderate von 70%, also wir hatten tatsächlich, wir haben Codeworte gebildet von insgesamt 7,25 Bits. Also Sie sehen das hier, hier haben wir zum Beispiel 6 Bits, 5 Datenbits, 1 Redundanzbit und dann kommen noch 1,25 Bits hinzu. Ich habe das hier über die gesamte Anzahl der Spalten gemittelt. Ja, was macht diese Redundanz? Naja, die sorgt dafür, dass ich meinen Wortschatz bei der Even Parity in gerade und ungerade Worte unterteile. Ich verbiete ja ungerade Worte bei der Even Parity. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel mir das auf so einen Wortstrahl aufmalen. Also jeder dieser Symbole hier auf diesem Strahl ist jeweils ein Wort. Diese Kreuze hier stehen für ungültige Worte und bei der Even Parity sind das ungerade Worte, also Worte mit einer ungeraden Einzahl von Einsen und die Kreise hier wären gerade Worte, das sind die erlaubten Worte. Und indem ich hier die Redundanz hinzufüge, sorge ich dafür, dass zwischen jedem geraden Wort, also jedem erlaubten Wort, zwei unerlaubte Worte existieren. Das bedeutet, um ein gültiges Wort in ein anderes gültiges Wort zu überführen, muss ich drei Bits verändern. Eins, zwei, drei. Diese Fehler kann ich nicht mehr erkennen. Also drei Bit Fehler kann ich mit dem Verfahren nicht mehr erkennen. Und natürlich auch nicht korrigieren. Zwei Bit Fehler würden ein gültiges Wort in das übernächste ungültige Wort überführen und das ist das ungültige Wort, was am nächsten gültigen Wort ist. Also ganz genau das hier. Oder andersrum, von dem dann hierhin, das wäre das ein mögliches Codewort, was ich mit einem 2-Bit-Fehler bekommen könnte. Dieses Wort, dieses ungültige Wort, kann ich nicht mehr auf mein korrektes ursprüngliches Codewort zurückmappen. Das heißt, ich kann den Fehler nicht mehr korrigieren. Aber da es sich hier um ein ungültiges Codewort handelt, kann ich den Fehler noch erkennen. Wenn ich jetzt Einzel-Bit-Fehler habe, zum Beispiel ich bin, das ist mein Sendewort und ich habe jetzt einen Einzel-Bit-Fehler, der ist hier, also ein Bit-Fehler, dann kann ich noch ein Mapping machen auf das ursprüngliche Wort, das kann ich noch korrekt mappen, dasselbe geht in die andere Richtung, Einzel-Bit-Fehler in die Richtung, Mapping auf das ist noch möglich und damit kann ich noch eine Korrektur machen. Das hier ist die sogenannte Korrigierkugel-Darstellung, man spricht da auch von Hemming-Theirs. Warum Kugel? Na ja, weil sowas üblicherweise nicht in 2D oder 1D abläuft, wie in diesem Beispiel, sondern sowas läuft üblicherweise mindestens in 3D ab. Die Dimensionen sind teilweise sehr hoch, weil eigentlich jedes Redundanz-Bit nochmal eine zusätzliche Dimension hinzufügt, aber das führt jetzt zu weit. Bloß deshalb spricht man von Korrigierkugeln, weil man wirklich nur in einfachen didaktischen Beispielen hier über Kreise oder Abstände redet. Ich habe hier übrigens diskretisiert, wie Sie sehen, also ich habe jetzt nicht mit Viertel-Bits hier weiter gerechnet, sondern mit ganzen Worten. Diese beiden Abstände habe ich hier übrigens auch nur markiert. Also der Worst Case ist sozusagen der Abstand D, Bitfehler der Länge 3 oder 3 Einzelbit Fehler kann ich nicht mehr korrigieren und auch nicht mehr erkennen. Fehler der Länge 2 kann ich nicht mehr korrigieren, aber noch erkennen. Und Fehler der Länge 1 kann ich korrigieren und kann ich natürlich auch erkennen. So, wie schon gesagt, das sind die sogenannten Hemming-Kugeln. Hemming ist der Vater der Codier-Theorie, also der hat dann im Prinzip, wenn Shannon der Theoretiker war, war Hemming der, der daraus die ersten Codes gebaut hat. Das ist auch in den 50er Jahren passiert. Hemming hat aber auch ganz viele andere Dinge erfunden. Und er hat übrigens auch die Hemming-Distanz entworfen. Und die Hemming-Distanz ist genau dieser Abstand zwischen gültigen Codeworten. Hier ist noch ein anderes Beispiel mit Mehrredundanz. Da habe ich dann eine Hemming-Distanz von 5. Also das heißt, ich habe vier ungültige Codeworte zwischen zwei gültigen Codeworten. und das bedeutet, ja, dass ich ab fünf Bits, also zum Beispiel fünf Einzelbit-Fehlern oder einen Bündelfehler der Länge 5, Fehler nicht mehr erkenne. Habe ich einen weniger, also vier Bits kann ich keine Korrektur mehr machen natürlich, weil ich würde natürlich oft das falsche Symbol mappen. Tun wir mal so, als würde dieses Symbol gesendet, dann lande ich ja bereits nach drei Bit-Fehlern in der Hemming-Kugel des benachbarten Symbols. Ja, also da ist eine Korrektur dann nicht mehr möglich, also ab drei Bit-Fehlern. Aber unterhalb von drei, also zum Beispiel bei zwei Bit-Fehlern oder bei einem Bit-Fehler kann ich durchaus noch eine richtige Korrektur machen, weil ich ein Rückenmap hier hinkriege und natürlich auch alles bis zum Vier-Bit-Fehler kriege ich auch wirklich noch erkannt. So, auch allgemein hinschreiben als Formel und Sie sehen das hier, das heißt, ein beliebiger Korrektur mit der Hemming-Distanz D kann D-1 Fehler noch erkennen. Ja, und die habe ich hier einfach mal S genannt. Der kann natürlich auch weniger Fehler erkennen, deswegen steht hier S kleiner gleich D-1 Fehler können erkannt werden. Das kann ich natürlich auch umstellen und damit fordern, dass wir mindestens eine Hemming-Distanz von D größer gleich S plus 1 brauchen, also mindestens deswegen das größer gleich. Also wir brauchen mindestens eine Hemming-Distanz von S plus 1, um S-Fehler erkennen zu können. Demselben Prinzip folgend kann ich das auch für die Korrektur festlegen. Ja, dann ist die Formel ein kleines bisschen komplizierter, aber eigentlich auch nicht schwierig. Ich brauche im Prinzip D-1 halbe. Also Sie sehen es ja hier, genau da in der Mitte liegt sozusagen die Grenze, ab der ein falsches Mapping anfangen würde. Ich ziehe einen ab, weil ich ja rechts davon bleiben will oder links davon bleiben will, je nachdem was mein Original-Codewort war. Und daher habe ich D-1 halbe. Wenn ich jetzt über ganze Codeworte rede, nehme ich hier noch die untere Gauss-Klammer. Man nennt das auch manchmal Floor. Also wenn Sie das programmieren, würden Sie das mit der Floor-Funktion machen. Und damit habe ich dann die Anzahl der maximalen Bitfehler oder die maximale Länge eines Bündelfehlers, die ich noch korrigieren kann. In unserem Beispiel ganz einfach, da wäre das die Hemming-Dostanz 5, minus 1 ist 4, durch 2 ist 2 und unsere Gauss-Klammer davon ist immer noch 2. Also kann ich maximal 2 Fehler korrigieren. Sie sehen es hier auch eingezeichnet nochmal mit dem Radius T, dem Radius der Hemming-Kugel. Ich sage trotzdem Kugel, selbst wenn es ein Kreis ist, weil wie gesagt auch ein Kreis ist nur eine zweidimensionale Kugel. Gut, genau diese Formel kann ich auch wieder umstellen und damit fordern, dass wir mindestens eine Hemming-Distanz von 2t plus 1 brauchen, um t-Fehler erkennen zu können. Also in unserem Beispiel natürlich genau 5. Gut, das ist ein ganz nützliches Tool, also zum einen zum Verständnis, was da eigentlich passiert. Also wir haben wieder diese beiden Mengen von gültigen Worten und von verbotenen Worten. Und das ist das Grundprinzip, das ich Ihnen vorhin anhand der Sprache erklärt habe. Und je weiter die gültigen Worte voneinander entfernt liegen, umso mächtiger ist unser Code, umso mehr Fehler können wir korrigieren und umso mehr Fehler können wir erkennen. Das Problem dabei ist, dass natürlich ich einen Teil meiner Worte verbieten muss und umso weiter ich die gültigen Worte auseinander packen muss. Umso mehr Worte muss ich verbieten und umso weniger Nutzbits kann ich übertragen. Oder andersrum gesagt, umso mehr Redundanz muss ich hinzufügen. Das heißt, unsere Datenrate sinken. Also der englische Begriff dafür ist there is no free lunch. Das würde ich als eines der wichtigsten Gesetze der Ingenieure begreifen. Es gibt einfach nichts umsonst in diesen Fällen. Also mehr Robustheit durch mehr gültige Worte, die notwendig sind, um die ungültigen Worte besser voneinander zu trennen, fordert mehr Redundanz und die Redundanz reduziert in die Datenrate. Ich definiere die Hemming Distanz mal formal. Ein intuitives Verständnis sollte jetzt anhand dieser Korrigierkugel Darstellung da sein. Und wir definieren zwei Codeworte, die bestehen einfach aus Bits. Das ist hier eine Bitkette x1 bis xn und das nächste Codewort ist y von y1 bis yn. die sind gleich lang. Und was ist die Hemming Distanz dann? Naja, das ist die Anzahl der Positionen, an denen sich diese beiden Worte unterscheiden oder die Symbole in diesen beiden Worten unterscheiden, genauer gesagt. Das heißt, sie vergleichen jedes Symbol miteinander, also zum Beispiel jedes Bit miteinander und zählen, wie oft sie einen Unterschied festgestellt haben. Das ist eine sogenannte Korrekturdistanz. Da gibt es eine ganze Klasse von Distanzen, die messen, wann sie zum Beispiel ein String oder wie ähnlich Strings zueinander sind oder beliebige Symbolketten zueinander sind. Das sind solche Ähnlichkeitsmaße. Die Hemming-Distanz ist eins davon. Im Binären ist das ganz einfach. Die Hemming-Distanz auszurechnen, hier habe ich es Ihnen hingeschrieben, Sie machen einfach ein X-Ore. Und das X-Ore sagt Ihnen, das ist eins, wenn die Bits unterschiedlich sind, das ist null, wenn die Bits gleich sind und dann addieren Sie die Einsen, die bei dem Unterschied rauskommen, dann auf. Und das machen Sie natürlich für die gesamte Länge Ihrer Worte. Man kann auch sagen, ich zähle einfach, wie viele Bits muss ein Fehler flippen, also umkippen, um mein Wort X in ein Wort Y zu überführen. Hier haben Sie ein Beispiel dafür, wo ich das einfach mal gezählt habe, mit Hilfe eines X-Ores. So bekommen Sie die Hemming-Distanz, wenn Sie zwei Worte haben und einfach wissen wollen, wie viele Bits Sie kippen müssen, um ein Wort in ein anderes Wort zu überführen. Aber wie bekomme ich jetzt die Hemming-Distanz eines Codes raus? Hier sehen Sie ein Beispiel, wie ich das machen kann. Ich habe ein Code mit Worten der Länge 3. Ich bilde Gruppen von 3 Abits und jedes davon ist ein Codewort. Dann schreibe ich mir die hier so hin in Form eines Würfels. Ich habe einen Würfel also ich habe drei Dimensionen hier. Ein Würfel ist in drei Dimensionen definiert und ich habe drei Dimensionen weil ich drei Bits habe. Wenn ich jetzt zwei Bits nehmen würde, würde mir ein Quadrat reichen. Wenn ich vier Bits nehmen würde, müsste ich einen vier dimensionalen Hyperwürfel hinmalen. Oder wenn ich fünf Bits bräuchte ich fünf Dimensionen etc. Deswegen nennen wir das Ding Hyperwürfel. Und dann zähle ich einfach in diesem Würfel, also wenn ich mir das so definiert habe, wie viele Kanten ich laufen muss, um von einem Wort zum anderen zu kommen. Sie sehen das hier am Beispiel des blauen Codeworts, also ich muss von hier nach hier laufen, um aus einer 010 Kette eine 111 Bitkette zu machen. Das ist aber nicht die maximale Distanz, die Sie hier haben. Sie haben zum Beispiel hier den Fall, wenn Sie von 100 nach 011 wollen, müssen Sie 1, 2, 3 Kanten durchlaufen. Das heißt, wir haben hier verschiedene Hemming-Distanzen, die wir in einem Code haben, je nachdem, welche Worte wir einander überführen wollen. Daraus nimmt man das Minimum, weil das Minimum der schlimmste Fall ist. Das ist ja sozusagen die geringst nötige Anzahl Bits, die einen Fehler modifizieren muss, damit Sie ihn nicht mehr erkennen können. Und da interessiert mich natürlich das Minimum, da interessiert mich nicht das Maximum. Also wenn ich einen Code habe, der zum Beispiel die Hemming-Distanzen 2 und 3 hat, dann interessiert mich hier der Worst Case und das ist eben D gleich 2, weil hier reicht ein 2-Bit-Fehler aus, um nicht mehr erkannt zu werden, wohingegen ein 3-Bit-Fehler vielleicht erkannt wird, aber wie gesagt, im Worst Case ein 2-Bit-Fehler nicht erkannt werden kann. Also daher ist die minimale Hemming-Distanz Codes und das bedeutet, es reicht natürlich nicht, dass Sie sich nur die Coderate angucken, weil die Coderate gibt Ihnen nur den Aufwand in Redundanz oder Datenrate Reduktion, den Sie haben, sondern Sie müssen sich eben auch immer die minimale Hemming-Distanz dazu anschauen. Die kennt man nicht für alle Codes, also es gibt komplizierte Codes, die aber wirklich praxisrelevant sind, für die Sie dmin nicht einfach so nach diesem einfachen Verfahren zählen können. In dem Fall kann man es versuchen zu approximieren oder man muss sich dann eben die Fehlerraten anschauen in Form dieser sogenannten Wasserfallkurven, die ich Ihnen im Physical Layer Kapitel gezeigt habe. Kommen wir zum wichtigsten Verfahren der Fehlererkennung, dem Cyclic Redundancy Check. Ich werde Ihnen jetzt erklären, wie der funktioniert und dann welche Grenzen hat. Das heißt, wann er aufhört zu funktionieren oder wann er anfängt schlecht zu funktionieren. Der Cyclic Redundancy Check wird oft einfach nur CAC genannt und ist noch immer das Verfahren, was am weitesten verwendet wird, um Fehler zu erkennen. Es ist auch immer noch ein sehr mächtiges Verfahren und Sie finden das überall implementiert, wo Daten ausgetauscht oder gespeichert werden. Zum Beispiel in Ethernet, im WLAN, Mobilfunknetzen, aber auch in Datenspeichern, Dateiformaten, also zum Beispiel SIP- oder PNG-Dateien ist immer ein CAC-Check drin, um zu erkennen, ob es einen Fehler gab, zum Beispiel bei der Übertragung, bei der Speicherung oder bei der Dekodierung, zum Beispiel also beim Packen Packen einer SIP-Foyles. Die CAC ist dafür da, Fehler zu erkennen und zwar erkennt die Bündelfehler, aber auch Einzelbit-Fehler und das macht sie mit einer sehr hohen Effizienz. Das heißt, sie brauchen nur eine sehr kurze Prüfsumme, um vergleichsweise gut, also mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit Fehler erkennen zu können. Die wurde erfunden von Wesley Peterson, das ist ein Professor, der Universität in Hawaii lehrt und bereits in den 60ern ist. Also ein sehr altes Verfahren, ist aber ein sehr gut verstandenes Verfahren und wie gesagt immer noch ein sehr leistungsfähiges Verfahren. Die Funktionsweise ist ähnlich zu der Parität, die wir bereits besprochen haben. Wir geben also sie geben einen Block von k Datenbits rein und der Empfänger generiert eine Prüfsumme, der Länge n-k und hängt diese Bits an und insgesamt ist ihr Frame dann eben n-Bits lang. Und bei der Parität, zum Beispiel bei der geraden Parität, haben wir gefordert, dass jedes Wort nach der Codierung durch 2 teilbar sein muss. Deswegen nennen wir sie gerade Parität. Die CAC verallgemeinert dieses Prinzip jetzt und sagt, jedes Wort muss nach der Codierung durch eine bestimmte Zahl, nennen wir sie mal p, also durch eine beliebige Zahl p, teilbar sein. Und diese Zahl wird einfach über eine Konvention festgelegt. Den nennen wir dann Generatorpolynom, darauf komme ich gleich. Und wenn diese Teilbarkeit natürlich sichergestellt ist, also vom Empfänger erkannt wird, geht der Empfänger davon aus, dass kein Fehler passiert ist. Wenn diese Teilbarkeit verletzt wurde, dann geht der Empfänger davon aus, dass ein Fehler bei der Übertragung passiert ist. Selbes Prinzip wie bei der geraden Parität. Wird da etwas ungerades empfangen, ist die Teilbarkeit durch 2 verletzt und ein Fehler ist erkannt oder zumindest wird vom Empfänger angenommen. Hier steht es nochmal, der Empfänger dividiert den eingehenden Rahmen durch diese Zahl und wenn dabei kein Rest herauskommt, also eine ganzzahlige Teilbarkeit möglich ist, geht er davon aus, dass kein Fehler passiert ist. Kommt ein Rest raus, muss eine Manipulation erfolgt sein, weil vorher war das ja ganzzahlig Teilbar und deswegen würde er in dem Fall eines Restes davon ausgehen, dass ein Fehler passiert ist. Bevor ich Ihnen das Verfahren erkläre, brauche ich ein paar Definitionen dafür. CAC benutzt Modulo 2 Arithmetik ohne Überträge. Das heißt, wir vergessen zum Beispiel bei der Addition, dass wir da auch höhere Zahlen rauskriegen können. Hier sehen Sie die Regeln nochmal. Das sind die Rechenoperationen, die wir verwenden. Multiplikation, Addition und XOR. Und wir benutzen die Dummy-Variable X, die ist binär, die kann also Werte 0 oder 1 haben, und auch binäre Koeffizienten, um von einer Bitkette in eine Polynom-Schreibweise zu kommen. Das ist ganz einfach hier. Hier sehen Sie es ja, ich habe einen Koeffizienten 1 für alle Bits, die in diesem Polynom stehen. Also Koeffizienten 0 für alle Bits, die nicht da stehen. Und der Exponent gibt mir einfach nur die Stelle. Also ich habe hier 6 Bits. Ich fange bei x5 an, weil ich brauche das 6. Bits für x0. Also ich zähle Bits bei 1 los und Polynome bei 0, beim Grad 0 los. Ich fange hier bei x5 an, das ist also die Stelle 5, wenn ich bei 0 los zähle. Die steht hier, also ich habe den Koeffizienten 1. Dann habe ich hier bei der Stelle 4 auch ein Koeffizienten 1. Stelle 3, also x3 steht nicht hier im Polynom, habe ich also den Koeffizienten 0. Stelle 2 steht wieder da. Stelle 1, also x oder x1 steht nicht da, habe ich wieder den Koeffizienten 0. Und die letzte 1 steht da, habe ich also wieder den Koeffizienten 1. Also so kann ich einfach zwischen diesen beiden Schreibweisen hin und her konvertieren, das ist einfach nur eine andere Schreibweise. Das Schöne ist, man kann jetzt hier bei der Berechnung der CRC zum Beispiel mit Potenzgesetzen arbeiten und daher ist es manchmal ganz nützlich, sich so was, sich Bitketten auch in dieser Polynom- Schreibweise darzustellen. Genau, hier habe ich es nochmal hingeschrieben, wir brauchen immer ein Bit mehr, um natürlich ein Polynom von Grad g darzustellen. Also wenn mein Polynom den Grad 5 hat, wie dieses, brauche ich natürlich 6 Bits, weil der geringste Grad im Polynom der Grad 0 ist. Also x hoch 0 wäre ja hier genau dieser 1. Gut, diese Zahl, durch die ich bei der CRC teile, also die im einfachsten Fall bei einer geraden Parität eine 2 wäre, aber wie gesagt, die CRC verallgemeinert das Prinzip, die nenne ich jetzt mal P und die nenne ich mal Generatorpolynom. Und die schreibe ich mir auch als Polynom so hin, zum Beispiel für Ethernet sieht die so aus, da habe ich dann eine CRC32, die benutze ich aber auch im Gzip oder im PNG-Files und das ist jetzt mal so definiert. Da steckt natürlich eine ganze Theorie hinter, wie man gute Polynome bildet. Ein paar Elemente davon werde ich später auch erwähnen. aber so steht das erstmal in der Speck und so ist dieses Polynom einfach definiert. Und Sie sehen, die Zahl hinter diesem Kürzel, also CRC32, gibt jetzt nicht die Länge des Polynoms in Bits an, sondern die gibt den Grad des Polynoms an. Und das Polynom wäre jetzt natürlich in Bits 33 Bits lang. Ja, das Grundprinzip kennen Sie eigentlich von der Parität und ich habe es ja vorhin auch nochmal kurz illustriert. Hier ist es nochmal grafisch ausgedrückt. Links sehen Sie, wer das tut, also hier ist der Sender, hier ist der Kanal, hier ist der Empfänger und wir fangen natürlich an mit einer Datennachricht M. Ja, die hat ja die Länge K, K Bits. Und wir definieren natürlich auch vorab ein Generatorpolynom. Also wie gesagt, das steht im Standard oder in der Spezifikation und das ist natürlich Sender und Empfänger bekannt. Ja, das ist, wenn Sie so wollen, fest im Chip eingebrannt oder fest in Ihrem Dateikonverter oder in Ihrem SIP-Programm drin, welches CAC-Polynom da verwendet wird. So, und wir fangen an, indem wir das miteinander verrechnen und zwar indem wir einfach den Rest bestimmen, indem wir M durch P teilen. Wir teilen allerdings nicht M durch P, sondern wir verschieben M, also diese Bit Kette M um N minus K Bits nach links. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel eine CAC-32 habe, dann brauche ich 32 Bits Platz. Ich brauche immer ein Bit weniger Platz als mein Generatorpolynom lang ist und dann muss ich hier die Operation 2 hoch 32 machen, dass M 32 Bits nach links verschoben ist. Das ist auch einfach nur eine Möglichkeit, das darzustellen. Das ist eine Verschiebung nach links um die Bits. Warum mache ich das? Naja, weil ich die anhängen will. Also ich brauche Rechtsplatz, also am Ende der Bitkette ein paar Null Bits und die füge ich mit dieser Operation ein. Wir werden das gleich an einem Beispiel noch sehen. So, also das nehme ich. Also ich habe hier 2 hoch N minus K M, habe damit diese Verschiebung nach links gemacht, um Platz für meine Checksumme zu schaffen und das teile ich dann, also diese Kette teile ich dann durch P. Ich teile nicht direkt M durch P. Wenn Sie das machen, hören Sie zu früh mit der Rechnung auf und haben auch hinten keinen Platz mehr, um den Rest ranzuhängen. So, jetzt kriege ich den Rest raus. Der Rest ist die Prüfssumme. Ja, hier steht es auch nochmal. Und der ist tatsächlich ein Bit kürzer als mein Generatorpolynom. Also bei der C32 war das Polynom 33 Bit lang und der Rest ist wieder 32 Bit lang. Praktischerweise gibt Ihnen die Zahl in der CAC-Definition, also zum Beispiel die 32, nicht nur den Grad des Polynoms, sondern auch direkt die Länge des Rests. So, das wird jetzt hier angehangen. Das ist hier mit Plus dargestellt. Das heißt, ich übertrage jetzt diese Nachricht T. Das ist diese verschobene, nach links verschobene Nachricht M. Und die Nullabits, die ich rechts quasi rangehangen habe, die sind jetzt überschrieben mit dem Rest. So, jetzt geht das durch den Kanal. Da werden potenziell Fehler hinzugefügt und als Resultat empfange ich eine Nachricht, die ich jetzt als T' bezeichne. Also das ist jetzt natürlich nicht notwendigerweise mehr meine Originalnachricht. Natürlich kann T' gleich T sein, aber ich weiß ja nicht, ob ein Fehler hinzugefügt wurde. Und dieses Hinzufügen eines Fehlers wird jetzt hier durch ein bitweises XOR ausgedrückt. Ja, das ist ein einfaches Modell. Sie haben einen Fehlervektor und wenn in diesem Fehlervektor eine 1 steht, hier sehen Sie das, hier steht eine 1 in dem Fehlervektor, dann kippt an der Stelle ein Bit und damit dieses Bit kippt, muss man hier ein XOR machen. Ja, hier haben Sie ein Beispiel eines Einzelbit-Fehlers, hier haben Sie ein Beispiel eines Burst-Fehlers der Länge 3. Hier haben Sie einen Fehlervektor, wenn der nur 0 ist, an dem kein Fehler passiert. Ja, und da das hier durch den Kanal passiert, können wir natürlich immer davon ausgehen, dass der Fehlervektor mindestens die Länge unserer Nachricht hat, weil die Nachricht ja übertragen wurde. Warum diese Fehler passieren und woher die kommen, das haben wir im Physical Layer Kapitel ausführlich diskutiert. So, jetzt kriegt der Empfänger das T' rein, hat es also demoduliert im Physical Layer, hat jetzt also wieder eine Bit-Kette und jetzt prüft er einfach die Teilbarkeit durch P. Die muss ja bei einem korrekten Empfang gegeben sein, weil wir haben ja hier einen Rest drangehangen, der dafür gesorgt hat, dass diese Zahl, die wir hier übertragen, das ist auch nur eine Zahl, das ist eine Bit-Kette, dass die durch P teilbar ist. Also das ist hier bei T garantiert gewesen. Und jetzt prüfen wir, ob das immer noch so ist. Und wenn das bei T' jetzt immer noch so ist, das heißt also ein Rest von Null rauskommt, ganzzahlige Teilbarkeit bedeutet Rest von Null, dann gehen wir davon aus, dass kein Fehler passiert ist. Und ich habe hier vorsichtig geschrieben, kein Fehler erkannt. Es kann sein, dass wir Fehler übersehen, komme ich noch drauf. Wenn wir jetzt aber hier einen Rest ungleich Null haben, dann haben wir keine ganzzahlige Teilbarkeit mehr durch P. deswegen muss die Nachricht T beim Übertragen manipuliert worden sein, also T' ungleich T und deswegen haben wir einen Fehler. Und das Schöne an der CRC ist, dass die Wahrscheinlichkeit, diesen Fall zu erkennen, korrekt zu erkennen, auch wirklich 100% ist. Das heißt, wir haben nicht den Fall, dass wir einen korrekten Rahmen fälschlicherweise als fehlerhaft bezeichnen. Wenn die CRC sagt, es ist ein Fehler, dann ist der Rahmen auch fehlerhaft. Wohingegen, wenn die CRC sagt, da ist kein Fehler, dann kann es mit einer geringen Wahrscheinlichkeit sein, dass es da doch einen gab und die CRC den übersehen hat. Gut, schauen wir uns dafür mal ein Beispiel an. Wir werden zuerst uns mal den Fall anschauen, in dem kein Fehler passiert und wir werden uns danach den Fall anschauen, in dem ein Fehler am Kanal passiert. Bevor wir das tun, ein paar Definitionen, also das Generatorpolynom sieht so aus, das ist also eine CRC 5, die wir hier rechnen. Ich habe jetzt nicht vor, mit Ihnen eine CRC 32 zu rechnen, da würden wir dann wahrscheinlich noch eine Weile hier sitzen. Und die CRC 5 hat dann natürlich in Bit ein Generatorpolynom der Länge 6. Ich habe das hier auch noch mal ausgedrückt und das bedeutet, dass unsere Prüfusumme dann 5 Bits lang ist. CRC 5 5 ist die Länge des Generatorpolynoms, 5 ist die Länge der Prüfusumme. Ich brauche natürlich, weil ich Polynome ja beim Grad 0 anfange zu zählen, noch ein Bit mehr. So, die Nachricht ist 5 Bits lang, ist also tatsächlich kürzer als das Polynom hier in dem Beispiel mal oder auch genauso lang wie unsere Prüfusumme. In Schritt 1 generiert der Empfänger zuerst mal die zu übertragene Nachricht. Er fängt an, indem er einfach sich Platz schafft für die Prüfusumme und indem er die Nachricht M nach links verschiebt oder man kann auch sagen 5 Bits anhängt, 5 0 Bits anhängt auf die rechte Seite der Nachricht. Wir wissen ja, unsere Prüfusumme wird 5 Bits lang, daher müssen wir hier Platz schaffen. Diese verschobene Nachricht, also nach links geschobene Nachricht, wird jetzt durch p geteilt und das machen wir einfach mit einer Modulo 2 Arithmetik ohne Übertrag und das ist hier ganz einfach durch ein XOR möglich. Also das heißt, wir machen hier jeweils ein XOR, rechnen, verrechnen hier die jeweiligen Bits Nuller Bits haben wir hier und jetzt würden wir hier zum Beispiel die erste 1 rauskriegen, hier auch eine 1 und wenn ich jetzt hier nichts mehr zu verrechnen habe, ziehe ich mir eben die Nullen noch herunter und Sie sehen hier, das ist wichtig, dass man zum Anfang das 2 hoch 5 macht, ansonsten würde man hier nicht schon fertig werden und würde hier eine viel zu kurze Prüfusumme haben. So, jetzt bin ich noch nicht fertig mit meiner Rechnung, schreibe also das Polynom wieder hier runter und hier habe ich ja nichts zu verrechnen, fange ich also hier an, kriege ich wieder Nullen und habe dann am Ende die Prüfusumme 00101 und hänge die jetzt an meine Nachricht an und Sie sehen, das ist jetzt einfach hier die Originalnachricht M einfach die ersten 5 Bits und die letzten 5 Bits sind die Prüfusumme und das ist, was der Sender überträgt. So, jetzt sind wir am Kanal, im Schritt 2. Ja, da passiert jetzt viel, da wird ein physikalisches Signal generiert, auf das bestimmte Effekte wirken, das haben wir im Physical Layer Kapitel ausführlich diskutiert. Hier auf Basis des Empfängers interessiert uns eigentlich nur welche Bitkette der empfängt, deswegen kann ich ein ganz einfaches Fehlermodell machen. Ich kann sagen, ich mache ein XOR, das muss übrigens ein XOR sein hier, und rechne ein XOR mit einer Fehlerkette oder mit einem Fehlerbitvektor. In diesem Beispiel ist der Fehlerbitvektor 0, das heißt, es gibt keine Bitfehler und T XOR E würde einfach die originale Nachricht sein. Ja, das ist natürlich die Nachricht T, aber der Empfänger weiß das ja nicht. Der Fehlervektor könnte ja auch nicht 0 sein. Machen wir dann gleich das als Beispiel noch. Gut, dritter und letzter Schritt. Der Empfänger bekommt T' weiß ja nicht, ob es korrekt oder falsch ist und prüft die Teilbarkeit durch P. Und indem er einfach wieder dasselbe rechnet wie der Sender, aber diesmal nicht zur Generierung der Prüfsumme, sondern einfach zum Prüfen, ob T' auch noch durch P teilbar ist. So, das machen wir hier, schreiben einfach das Polynom runter, machen dann wieder unser XOR, hier kommen wieder Nullen raus, hier müssen wir es weitermachen, damit wir weiterrechnen können, hier haben wir eine 1, hier haben wir eine 1, dann ziehen wir diesen Teil hier runter, schreiben hier auch nochmal das Polynom runter und voilà, wir bekommen einen Rest von 0, das heißt T' ist ganzzahlig durch P teilbar und daher gehen wir davon aus, dass keine Manipulation stattgefunden hat bei der Übertragung so, jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn jetzt doch ein Fehler vorkommt und zwar in dem Beispiel hier ist es ein Einzelbit Fehler an der Position 2 0, also das zweite Bit in unserer Nachricht T wird gekippt und aus einer 1 wird eine 0, hier sehen Sie es, hier habe ich es noch mal rot markiert. Der Empfänger würde jetzt wieder die Teilbarkeit prüfen und das ist jetzt eine etwas längere Rechnung aber im Prinzip macht er dasselbe wie vorher, er macht einfach dieses bitweise XOR und hier kommt jetzt ein Rest raus und da jetzt keine ganzzahlige Teilbarkeit mehr möglich ist von T' durch P das sagt uns der Rest weiß die CRC und das wie gesagt auch mit Sicherheit also mit 100% dass hier ein Fehler stattgefunden hat Das ist ein einfaches Beispiel Sie werden im Praktikum noch ein anderes Beispiel rechnen und Sie können gerne auch eigene Beispiele mal üben Sie finden auch in der Literatur zur Vorlesung also zum Beispiel im Stallings da ganz ganz tolle Beispiele und tolle Übungsaufgaben zu dem Thema Kommen wir zu den Grenzen der CRC oder auch zur Leistung der CRC Ich habe Ihnen ja bisher nur erklärt wie sie funktioniert wir haben die ja noch nicht kritisch diskutiert Ich habe ab und zu mal ein paar Bemerkungen gemacht in die Richtung aber machen wir das mal ein bisschen systematischer Die CRC ist wie gesagt ein sehr mächtiges Verfahren und die kann Einzelbitfehler mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% erkennen wenn das Polynom mindestens die Länge 1 hat Da ist die CRC identisch zur Einbitparität also die gerade Parität die wir vorhin besprochen haben zum Beispiel nur als Zeilenparität wäre eine CRC 1 und damit haben Sie eine 100%ige Detektionsrate von Einzelbitfehlern von einem Einzelbitfehler Entschuldigung Wenn Sie jetzt zwei Einzelbitfehler haben in der Nachricht können Sie das mit gut definierten CRC Polynomen man nennt die sogenannte Primitive Polynoms Primitive nicht von Primitiv sondern von Grundlegend Damit können Sie zwei Einzelbitfehler problemlos erkennen Voraussetzung dafür ist dass dieses Polynom mindestens drei Einzelbitfehler drin hat also Bitkette des Polynomens genommen also in Bitschreibweise Ungerade Anzahlen von Einzelbitfehlern können Sie auch mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% erkennen wenn Ihre CRC den Faktor X plus 1 drin hat Wenn der Faktor drin ist können Sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% ungerade Anzahlen von Einzelbitfehlern erkennen Also was Einzelbitfehler angeht ist die CRC ziemlich mächtig Bei Bündelfehlern also auch Englisch Burst Errors zeigt die CRC ihre Grenzen Ich gebe hier die Burst Fehler Länge in E an also Betrag E an Ich benutze das Betragszeichen gerne mal um eine Bitlänge auszudrücken Also E ist zum Beispiel ein Polynom und die Bitlänge davon wäre in meiner Schreibweise Betrag E Und wenn der Fehler also der Bündelfehler kleiner gleich dem Polynom ist Also bei unserem Beispiel eben hatten wir ein Polynom der Länge 5 und wenn der Bündelfehler eben nicht länger als 5 Bits ist kann ich den auch noch mit 100 Prozent erkennen Das ist schon relativ mächtig zumal wenn wir bedenken dass die CRC bei Ethernet dass wir da eine CRC 32 verwenden Also haben wir hier schon eine relativ große Bündelfehler Länge die wir erkennen können mit einer Prüfsumme von 32 Bits So wenn der Fehler jetzt länger wird also zum Beispiel ein Bit länger ist als der Grad der CRC wieder unser Beispiel von vorhin CRC 5 hatten wir gerechnet sagen wir dass der Fehler ist jetzt 6 Bits lang das steht hier in dieser Zeile dann ist die Wahrscheinlichkeit dass die CRC diesen Fehler korrekt erkennt 1 minus 1 durch 2 hoch g minus 1 also hier steht ein Bruch 1 1 halb und im Nenner steht nochmal der Exponent g minus 1 wenn der Fehler noch länger wird also zum Beispiel 7 Bits 8 Bits etc also größer ist als g plus 1 dann wird die Wahrscheinlichkeit dass wir den Fehler noch korrekt erkennen dann steigt die ironischerweise auf 1 minus 1 durch 2 hoch g man sieht vielleicht nicht sofort dass die steigt aber schauen wir uns das mal im Beispiel an ich habe das zum Beispiel mit der CRC 16 gerechnet die ja ein Generator Polynom vom Grad 16 hat die wäre das wäre dann 17 Bits lang und die Prüfsumme ist natürlich auch 16 Bits lang ich hatte ja vorhin schon gesagt diese Zahl gibt uns immer zwei Werte die gibt uns die Länge des Generator Polynoms aber auch die Länge der Prüfsumme die wir anhängen und naja wenn ich da mal diese Wahrscheinlichkeit das mal in diese Wahrscheinlichkeitsformeln einsetze dann kriege ich für ein Fehler von G plus eins ja also von 17 Bits hier eine Wahrscheinlichkeit einer korrekten Erkennung von 99,9969 Prozent raus wenn der Fehler jetzt länger wird das heißt er steigt zum Beispiel auf 18 Bits oder 19 Bits oder noch länger dann steigt die Erkennungsrate das heißt wir haben für längere Fehler eine höhere Wahrscheinlichkeit diese korrekt zu erkennen das ist doch erst mal kontraintuitiv oder längere Fehler sind doch schlimmer warum kann ich die denn besser erkennen als kürzere Fehler die Beweise dafür sind interessant und relativ leicht zu verstehen da werden eigentlich nur Potenz Gesetze verwendet und die sind im Paper von Peterson also vom Erfinder der CAC gegeben was ich Ihnen auch auf Moodle zur Verfügung gestellt habe was Sie aber auch leicht unter diesem Link finden können vielleicht mache ich noch mal ein extra Video dazu wo ich diese Beweise erkläre das ist dann aber extra curriculäres Material für den Fall dass Sie das interessiert ich habe jetzt hier diese Erkennungsraten mal mal geplottet über die Länge der CAC also das sind jetzt hier verschiedene CAC wir haben uns ja den Fall CAC 16 eben im Beispiel angeschaut da ist die Wahrscheinlichkeit schon so nahe 1 dass man da eigentlich nicht mehr viel sieht wenn ich aber schwächere CAC mir anschaue also zum Beispiel eine CAC 2 oder eine CAC 4 dann kann ich als der kürzere Fehler und das ist kontraintuitiv aber wie gesagt auf Basis von Petersons Beweisen ist das eigentlich relativ einfach nachzuvollziehen also wenn Sie mit diesem mit diesem Widerspruch nicht leben können dann schauen Sie bitte in das Paper rein oder warten drauf dass ich noch ein zusätzliches Video dazu mache Soweit zur CAC ich hoffe damit ein bisschen Verständnis für diese wichtige Basisfunktion rübergebracht zu haben und wie gesagt die braucht man nicht nur in der Telekommunikation die haben Sie überall die haben Sie in Dateiformaten in Datenspeichern das ist wenn Sie ein Verfahren aus dieser Vorlesung mitnehmen dann bitte die CAC weil das ist ein Verfahren was wirklich so weit verbreitet ist und seit den 60er Jahren so robust ist und auch so gut verstanden ist dass es sich wirklich lohnt zu verstehen wie sie funktioniert und auch auf Basis der Korrigierkugel Interpretation die ich Ihnen ja vorhin erklärt habe und auf Basis der Hemming Distanzen warum sie funktioniert damit ist dieser Teil beendet ich würde Ihnen dann beim nächsten Mal die Rückwärtsfehler Korrektur erklären und da wird die CAC natürlich verwendet um zu erkennen ob ein Rahmen kaputt empfangen wurde und um den dann neu anzufragen also wir machen jetzt aus der Fehlererkennung die wir mit der CAC können wieder ein Fehlerkorrekturverfahren indem wir einfach über ein Protokoll nochmal nachfragen und das ist ein Thema das ist für Informatiker in der Regel immer sehr spannend das ist Protokoll Design also wir werden uns da verschiedene Protokollautomaten anschauen und werden mal mit einem schlecht funktionierenden ARQ Protokoll anfangen und werden das dann erweitern bis wir dann ein gut funktionierendes mal aufgebaut haben und dann werden wir lernen dass man dieses ARQ Protokoll nicht nur für die Fehlerkorrektur verwenden kann sondern auch für die Flusskontrolle also um den Empfangspuffer nicht zu überfordern vielen Dank soweit und bis zum nächsten mal